Hallo liebe Hungrige und Durstige! Wir haben ja schon wieder Tage mit richtig viel Sonnenschein, Grill und Gartenpartys sind wieder angesagt und in dem Zusammenhang eben auch Bohle und andere erfrischende Getränke. Und ich habe eben heute eine Wassermelone nicht nur als Getränk verarbeitet, sondern nutze sie zugleich als Gefäß aus dem gezapft werden kann. Eine witzige Idee finde ich und ganz einfach. Wir brauchen dafür natürlich besagte Wassermelone und das sollte ein eher etwas größeres Exemplar sein und dann einen Zapfhahn. Ihr könntet im Prinzip jede Art Zapfhahn verwenden. Es gibt inzwischen aber auch ganz spezielle, extra für Melonen und auch Kürbisse ausgelegte. Sehr praktisch, weil nämlich auch gleich was zum Ausstechen noch mit dabei ist und wo ihr so etwas herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und dann brauchen wir natürlich noch Getränke, damit soll der Wassermelonensaft gemischt werden. In meinem Fall hier sind das Wodka, trockener Weißwein und alkoholfreier Sekt. Letzterer auch um darauf hinzuweisen, es muss ja nicht immer Alkohol sein. Doch das könnt ihr natürlich ganz nach eurem Geschmack entscheiden. Zuerst schneide ich wegen der besseren Standfähigkeit die Wassermelone unten gerade und schneide da nicht zu viel ab. Danach markiere ich, unter Zuhilfenahme einer Schüssel, oben auf der Melone einen Kreis, denn dort soll nun der Deckel ausgeschnitten werden. Ich mache das mit einem scharfen Messer im Zickzackmuster, einfach weil es hübscher aussieht, doch der Deckel könnte natürlich auch gerade abgeschnitten werden. Rundherum also einstechen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch ein bisschen tiefer einstechen oder so ein bisschen abhebeln und dann den Deckel herunternehmen. Günstigerweise an einer Stelle mit einer Markierung versehen, damit ihr ihn dann wieder ganz genau passgerecht draufsetzen könnt. Mit einem entsprechenden Ausstecher werden nun Kugeln aus dem Fruchtfleisch ausgestochen und das müssen auch nicht viel sein, die kommen jetzt nämlich in den Tiefkühler, um dann später die Funktion von Eiswürfel zu übernehmen. Und jetzt nehmen wir einen Pürierstab und bearbeiten damit das Fruchtfleisch in der Melone. Auch das vom abgetrennten Deckel mit dazugeben, nochmals pürieren und dann durch ein Sieb gießen und in einen großen Topf oder ähnliches Behältnis abfüllen. Mit einem Holzlöffel müssen nachhelfen, es geht ja darum, dass Kerne oder größere Schwebeteilchen herausgefiltert werden. Mit einem Löffel nacharbeiten, weiteres Fruchtfleisch ablösen, wieder mit dem Pürierstab bearbeiten und ebenfalls filtern. Vorsichtshalber habe ich den Boden noch mit etwas Folie abgedichtet und nun geht es darum, mit diesem Ausstecher ein Loch für den Zapfhahn in die Melone zu bohren. Und dieses sollte nicht zu tief sein, also nicht im unteren noch verbliebenen Fruchtfleisch und auch nicht zu hoch, weil ja sonst nicht die ganze Flüssigkeit abgezapft werden kann. Optimal ist so eine Höhe von ungefähr 10 cm. Also nun mit ein bisschen Druck in die Melone bohren und diesen Stöpsel herausnehmen. So sieht's aus und wir nehmen nun den Zapfhahn, schrauben das Verlängerungsstück noch daran und drücken ihn dann in die Melone hinein. Dann nehmen wir das Gegenstück und schrauben es von der Innenseite her an und so sieht das Ganze dann aus. Ordentlich festdrehen, damit es auch dicht ist und dann können wir auch schon mit dem Befüllen beginnen. Ich fülle also reichlich Melonensaft hinein, ergänze mit einem trockenen Weißwein und auch einen kräftigen Schluck von Wodka und fülle dann alles mit dem alkoholfreien Sekt auf. Vielleicht alles mal umrühren, die Meloneiswürfel gleich oder auch erst später dazugeben und mit dem Deckel verschließen. Und das war's, dann darf gezapft werden, entweder im ganz normalen Glas, das wir dann noch ein bisschen dekorieren können oder die originelle Variante mit Schraubdeckel und Trinkhalm. Ich finde das ist nicht nur eine witzige, sondern vor allem auch eine sehr praktische Variante. Wie ihr sehen konntet, geht es ja auch ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und Mixen und sage Prost. Und falls ihr aus der Wassermelone vielleicht doch lieber ein anderes Getränk zubereiten oder sie in ganz spezieller Weise aufschneiden möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye, bye. Tschüss.